Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Wir stellen uns jetzt noch der REITS-Skepsis mal etwas entgegen. Viele Leute sind ja etwas enttäuscht von REITS. Und bevor jetzt alle Finanzblogger und Finanzinteressierte am Ende nur noch Nastic ETFs oder Fang und ein bisschen Tech-China-Beiwerk im Depot haben, gucken wir uns jetzt mal einen möglicherweise interessanten REIT an. BP Carry, ein diversifizierter REIT, der doch relativ gut durch die Corona-Krise kommt und ähnlich wie Store Capital hier eine Dividendenrendite hat von momentan sogar über 6%. Könnte doch interessant sein. Mein Name ist Thorsten Thiet, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien und von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, was bisher mit REITS gut geklappt hat. Aber jetzt haben wir die Corona-Pandemie und noch immer wieder Zweifel am Geschäftsmodell von dem sogenannten Brick-and-Mortar, sprich Einzelhandel-REITS. Nun gut, wir haben mehrere REITS ja schon hier analysiert. Auf dem Aktienumfinder-Blog kannst du kostenlos lesen. Der Stefan Bethlich, relativ bekannter Autor auf Siegling Alpha, der ja auch auf unserem Blog veröffentlicht, hat jetzt auch eine kleine Serie gemacht zu REITS. Und jetzt kommt die Nummer 3, die dann, wenn du dieses Video schaust, auch schon öffentlich sein wird, die Analyse zu BP Carry. Ja, das Geheimnis von BP Carry nennt sich Diversifikation. Dieser REITS vermietet also nicht nur an den Einzelhandel, sondern auch in die Industrie, an den Großhandel. Wohin wird denn noch vermietet? Der Stefan hat es aufgeschrieben. Büros, richtig, 22,6%. Und dann nochmal andere Branchen. Was das auch immer genau ist, ich weiß es nicht. Aber hier siehst du Industrie, Großhandel, Einzelhandel ist 17,4%. Und den Einzelhandel selbst muss man auch nochmal unterscheiden. Wenn man wissen möchte, wie stark dieser betroffen ist von Corona, Fitnessstudios, Kinos, ganz übel. Weniger übel oder vielleicht sogar Profiteure sind beispielsweise Lebensmittelläden. Du weißt ja, dass das ein oder andere Produkt ging ja relativ gut weg in Corona. Stichwort Klopapier, wobei sich das ja mittlerweile gelegt hat. Oder Rotwein in Frankreich, habe ich mir sagen lassen. Aber allgemein denke ich, auch heute noch gehen fertige Nahrungsmittel, also konservierungsfähige Nahrungsmittel relativ gut. Und das heißt, Einzelhandel ist nicht gleich Einzelhandel. Diversifikation von WP Carry macht hier aber nicht Schluss. Die sind nämlich auch regional sehr gut diversifiziert. Das ist sehr gut, aber auf jeden Fall diversifiziert. Im Gegensatz beispielsweise zu Realty Income. Die haben was noch. Ich glaube, die haben noch ein Einkaufszentrum in Puerto Rico und ein bisschen was in Großbritannien. Hier bei WP Carry haben wir eine stärkere Diversifikation, regionale Diversifikation. Eigentlich globale, muss man schon sagen. Wir haben zum Beispiel knapp 63,7 Prozent der Mieten stammen schon noch aus den USA. Aber beispielsweise auch knapp 6 Prozent aus Deutschland. Metro ist ein Kunde oder ein Mieter von WP Carry. Deshalb mag es auch ein bisschen überraschen, dass WP Carry hierzulande eigentlich eher unbekannt ist. Weil er könnte, wenn man jetzt so anschaut, wo die Mieter überall sitzen, theoretisch eigentlich bekannter sein als Realty Income. Aber er schüttet halt keine monatliche Dividende aus, sondern nur viermal im Jahr, also jedes Quartal. Gut, also hier haben wir auch nochmal eine Diversifizierung. Und das hilft auch nochmal, die Corona-Pandemie besser zu überstehen. Weil ihr wisst höchstwahrscheinlich, während in Europa das Coronavirus weitestgehend im Griff ist, kann man das ja für die USA nicht unbedingt behaupten. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn auch außerhalb der USA vermietet wird. Gut, ich möchte jetzt damit es belassen, was jetzt hier die Beschreibung von WP Carry angeht. Das kannst du dann nochmal in der Aktienanalyse hier vom Stefan nachlesen. Ich möchte mich jetzt eher dann auf die Fundamentalanalyse konzentrieren. Dann legen wir mal los, sind wir hier im Aktienfinder. Hab da auch noch was relativ Interessantes, wie ich finde, entdeckt, als ich mir da mal eigenständig Gedanken gemacht habe zu diesem Read. Und zwar habe ich eine kleine Watchlist hier angelegt. Da findest du die drei Reads wieder. Um dir so eine Orientierung zu geben, siehst du, dass die Dividendenrendite ziemlich hoch ist von WP Carry mit 6,1%. Ist also höher als beispielsweise bei Realty Income. Obwohl unseres Erachtens, also da schließe ich mich dem Stefan an, das Risiko niedriger ist, als bei Realty Income hat WP Carry eine höhere Dividendenrendite. Etwas hoch wie Store Capital, die aber genauso wie Realty Income im Einzelhandel primär unterwegs sind. Also nicht die Devisifikation haben, die WP Carry genießt. WP Carry steigert die Dividende seit 21 Jahren zudem. Ist also ein zuverlässiger Dividendenzahler. Und auch sparplanfähig bei der Consorers Bank, unserem Partner. So, gucken wir uns mal WP Carry jetzt fundamental etwas näher an. Also, da ist mir, als ich das getan habe, zuerst etwas aufgefallen, nämlich, dass es hier ziemliche Zacken gibt bei der Entwicklung von Funds und Operations. Wenn du dir andere Werte anguckst, ich sag dir mal Realty Income, da ist es doch viel ruhiger. Ein ruhiger Fluss quasi. Und bei WP Carry ist es so, ja schon fast ein Schlachtfeld, oder wie man es auch immer nennen möchte. Das ist jetzt erstmal nicht so doll. Das scheint ja unberechenbar zu sein. Habe ich geguckt, woher das kommen kann. Mal in so alte Geschäftsberichte gucke ich dann immer. Ich gucke dann immer zum Beispiel 2.2012. Weil, wenn da irgendwas jetzt, wenn da so ein Gefälle war, dann steht es meistens auch schon im Vorwort drin vom Vorstand. Weil die, ja nicht nur Analysen, sondern die Aktionäre allgemein, ja auch wissen wollen, was da war. Und dann bin ich auf das hier gestoßen. Und das sind so hier Programme. Das heißt, ich muss jetzt kurz erzählen, das habe ich mir vorher nicht so bewusst, dass es das bei REITs so gibt. Und zwar legt WP Carry als Konzern, als Muttergesellschaft, viele REITs auf. Also, die haben nicht nur diese Aktie als WP Carry, die wir kaufen können, sondern es gibt dann noch andere REITs im WP Carry Universum. Die sind aber nicht so einfach handelbar. Und die nennen sich CPAs, das heißt Corporate Property Associates. Nach meinem Verständnis, und da siehst du, wie viel es davon gibt. Also, das sind alles die hier, diese CPAs. Nach meinem Verständnis werden damit neue Vermietungsflächen finanziert und die gebaut und quasi in den Betriebsmodus gebracht. Und wenn es dann soweit läuft, werden diese CPA REITs integriert in das WP Carry, das wir kennen und wo wir uns auch als Aktionäre daran beteiligen können. Und die Investoren von diesen CPAs, die werden dann ausbezahlt. Teilweise auch in Form von WP Carry Aktien, die wir ebenfalls kaufen können. Ja, und dabei gibt es ab und zu auch Abschreibungen. Und das war beispielsweise hier der Fall und dann fällt der AFFO. Wenn jetzt so ein größerer CPA integriert wird, dann steigen aber auch die Umsätze. Und das siehst du beispielsweise mal hier oder hier. Natürlich steigt dann auch das Bilanzvolumen. Das siehst du dann hier oder hier. Da steigt dann ebenfalls das Bilanzvolumen an. Ansonsten finanziert sich dieser REIT natürlich auch durch die Ausgabe von neuen Aktien. So wie es alle anderen REITs auch machen. Weil die halt 90% vom sogenannten Net Taxable Income als Dividende ausschütten müssen, um diesen REIT-Status zu bewahren. Und da haben sie also nicht allzu viel über, was sie ansparen können, um organisch zu wachsen. Deshalb die Ausgabe neuer Aktien immer mal wieder, wie du hier schön sehen kannst. In Summe können diese Zacken oder haben diese Zacken bisher den Dividenden allerdings nichts anhaben können. Das siehst du hier. Da ging es sogar mal runter vom FFO wegen Abschreibungen. Angeblich, das habe ich auf jeden Fall so gelesen, sind dann offensichtlich keine Abschreibungen gewesen auf das Immobilienvermögen. Also auf jeden Fall keine regulären Abschreibungen auf das Immobilienvermögen. Ansonsten hätten sie sich nicht auf die Funds for Operations ausgewirkt. Ja, nichtsdestotrotz, die Dividende ist da richtig angesprungen. Wurde also da eher, hatte ich eher eine stimulierende Wirkung auf die Dividende. Gut. Gehen wir mal langsam Richtung Bewertung der Aktie und bleiben hier bei der Dividende. Hier siehst du hier die schöne Dividendenentwicklung, sehr zuverlässig. Siehst du aber auch, dass die Dividende hier mal relativ stark gestiegen ist und seitdem eigentlich nur noch so pseudomäßig erhöht wird. Aber dafür haben wir halt hier die 6% Dividendenrendite, sogar 6,1%. Und jetzt die Frage, ist das hoch oder niedrig im langjährigen Mittel? Also wenn du mir jetzt mal nur die letzten Jahre ab 2011 anguckst, dann wäre das doch eher hoch, würde ich mal vermuten. Auf jeden Fall überdurchschnittlich hoch. Gab es sogar mal Zeiten, da hättest du nur unter 4% bekommen als Einstieg bei WP Carry. Momentan eben mehr. Im Zuge des Corona-Abverkaufs gab es 0,7% Dividendenrendite. Jetzt halt 6%, weil sich der Aktienkurs, das werden wir auch gleich sehen, erholt hat. Aber also immer noch recht attraktiv, wie ich empfinde. Vor allem aus 12-Monats-Sicht ist die Dividende deutlich über dem Durchschnitt. Auch noch auf 2-Jahre-Sicht. Du musst schon längerfristig rausgehen, wie 5 Jahre, damit dann die Dividende sozusagen Durchschnitt wird. Gucken wir uns jetzt mal die richtig professionelle Bewertung an. Und gucken da auch erstmal hier auf den Adjusted Funds for Operations. Der steht zur Verfügung ab 2008. WP Carry hat übrigens den REIT-Status erst, ich habe es gelesen, ab 2012 inne. Erst ab da ist es tatsächlich ein REIT. Die haben vorher im Prinzip schon das gleiche gemacht, aber der REIT-Status wurde ihm erst im Jahr 2012 verliehen. Wenn ich mich noch richtig daran erinnere. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die Bewertung. Also hier haben wir die Funds for Operations, die etwas unregelmäßiger verlaufen. Ich würde, wenn wir mal kurz gucken, nehmen wir mal alles hier für die Bewertung, schau mal was dabei rauskommt. Wir haben hier den Aktienkurs. Du siehst auch nicht nur mal, wenn du es logarithmisch machst. In Summe gehen wir mal komplett raus. War WP Carry schon ein gutes Investment gewesen. Also wenn du hier jetzt hier in 2000 eingestiegen wärst, bis heute 10,5% im Jahr gemacht. Hälfte Kursgewinner, die andere Hälfte Dividenden ohne reinvestieren. Das ist natürlich schon ganz ordentlich. Du siehst allerdings auch, dass es mal hoch und runter ging, relativ stark. Also musst du da schon damit zurechtkommen, dass die Aktie mal gen Süden rauscht und dann halt warten, bis sie sich wieder erholt. Ist aber jetzt nichts, was nur bei WP Carry der Fall sein sollte oder der Fall ist. Gut, zurück zur Bewertung. Schauen wir mal den fairen Wert bereinigt an, passiert auf diesen Adjusted Funds for Operations. Und dann siehst du das hier. Siehst halt hier Phasen der Über- und Unterbewertung. Zu mal ein bisschen rein hier ab 2014, sodass WP Carry teilweise überbewertet war. Dann kam die Aktie wieder zurück auf den fairen Wert. Teilweise unerübt bewertet, aber dann wieder Überbewertung. Eine ganz krasse Überbewertung hier. Anfang 2019 hat es angefangen und dann bis ins Spätjahr 2019 rein. Dann die erste Korrektur hier. Und dann nochmal der Versuch hier auszubrechen, aber dann vereitelt von Corona und dann der Corona-Abverkauf bis klar in die Unterbewertung rein. Dann die Erholung. Und dann wieder die Erholung über den fairen Wert, jedenfalls basierend auf den Funds for Operations, die übrigens leicht rückläufig sein sollen. Das siehst du hier. Deshalb sinkt dann auch hier dieser faire Wert basierend auf den bereinigten Transform Operations. Wir haben aber noch andere fairen Werte anzubieten. Das macht diese Bewertung auch einzigartig, weil es ja wichtig ist, dass du möglichst komplettes Bild bekommst. Und das geht halt nicht nur über einen fairen Wert, der auf einer Metrik, einer Kennzahl basiert, sondern möglichst auf mehreren. Wir haben hier noch den fairen Wert Dividende. Darauf basierend, das wäre jetzt eine Punktlandung, da wäre WP Carry mit den 68 US-Dollar momentan absolut fair und bewertet. Wir haben noch den fairen Wert basierend auf den FFOs. Der liegt hier bei 65, also auch sehr in der Nähe von den 68, spricht also auch für eine faire Bewertung. Wir könnten auch den FFO, nein nicht den FFO, den fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow einblenden. Und nach dem wäre die Aktie sogar unterbewertet, weil der liegt basierend auf den letzten vier Quartalen bei 74 US-Dollar, beziehungsweise bei 73 US-Dollar, laut Schätzung, haben wir also im Prinzip so eine Seitwärtsentwicklung, ganz leichte Tendenz nach unten, bevor es dann wieder besser werden soll, im nächsten, nicht im laufenden, im nächsten Geschäftsjahr. Also wenn ich sowas sehe, dann würde ich sagen, ja, also die WP Carry-Aktie ist irgendwo fair bewertet. Mal leicht drunter, mal leicht drüber, aber jetzt nichts, wo man jetzt wirklich sagen müsste, das ist jenseits von gut und böse. Also hier, da ziehen wir mal ein bisschen näher rein, wir hatten eine ganz klare Überbewertung hier gehabt. Also das war schon recht deutlich über alle Fernwerte drüber. Momentan liegen wir hier irgendwo in der Mitte, die goldene Mitte sozusagen. Ja, gut, das ist es im Prinzip auch schon im Wesentlichen gewesen, war vielleicht so ein bisschen Appetizer auf die Aktienanalyse hier vom Stefan. Ich wollte auch das Video machen, um auch auf YouTube hier ein bisschen was pro Read zu vermitteln. Also ich finde die Aktie interessant, ich habe sie jetzt nicht, aber das muss ja nicht heißen, dass du sie nicht kaufen brauchst. Ob sie da Stefan hat, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kannst du ja dann mal fragen hier im Kommentar, was er nicht schon geschrieben hat. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und natürlich auf gute Investments und gesund bleiben. Ciao.